Moin Leute, Anbieter wie Enpal, DZ4, Entega, Solar und so weiter werben unter anderem damit, dass man für einen festen Betrag im Monat eine PV-Anlage für zum Beispiel 20 Jahre oder sowas mieten kann und danach gehört sie einem dann. Wartung, Akkutausch, Wechselrichtertausch, falls nötig, alles enthalten und die meisten versprechen sogar, dass es keine finanziellen Nachteile gegenüber einer gekauften Solaranlage hat. Tja, das klingt natürlich fast so schön, um wahr zu sein, deswegen habe ich euch gebeten, mir mal Angebote von solchen Anbietern zuzuschicken und auch von gekauften Anlagen und ich habe die jetzt mal verglichen, ausgerechnet und alles ausgewertet. Heute erfahrt ihr also, wann und ob es sich lohnt und ich hatte das Glück, mit einem Insider eines sehr bekannten Unternehmens in dem Bereich zu sprechen, der mir ein paar krasse Dinge aus dem Background erzählt hat. Also es wird richtig spannend, viel Spaß dabei. Ja, als allererstes natürlich ist diese Ertragsschätzung, die in diesen Angeboten steht, überhaupt realistisch. Ich habe ein Angebot einer Miet-PV-Anlage eines sehr bekannten und großen Miet-PV-Unternehmens. Ich nenne das jetzt einfach mal Rinsal, ja, aus rechtlichen Gründen darf ich den Anbieternamen nicht nennen, das ist also jetzt frei erfunden. Und wir gehen das jetzt einfach mal durch und checken mal, inwiefern das alles stimmt, was die da so angeben. Es handelt sich dabei um eine PV-Anlage eines kleinen Hofs. Es ist halt total spannend, weil die ein bisschen größer dimensioniert ist und wir da vielleicht so Abweichungen eher sehen können. Das Beispiel ist aber tatsächlich relativ egal, da die Muster, die ich erkannt habe, unabhängig von der Größe der Anlage sind. Aber alles zu seiner Zeit. Wir haben jetzt hier einen Hof, der ca. 14.700 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Es ist halt groß, aber wie gesagt, es ist auch ein Hof. Und der Anbieter schlägt hier jetzt eine 15,4 Kilowatt Peak plus 15 Kilowattstunden Speicheranlage vor. Okay, schauen wir mal, ob der Mietanbieter die Erträge der PV-Anlage und vor allem den Eigenverbrauch und den Autarkiegrad realistisch einschätzt. Kosten und so weiter kommen gleich alles noch. Also wir gehen hier wirklich alles durch, keine Sorge. Der Anbieter Rinnensaal rechnet jetzt folgendes vor. 14.400 Kilowattstunden kommen an PV rein, 8.500 Kilowattstunden Eigenverbrauch, 5.900 Kilowattstunden speise ich dann ins Netz ein, also verbrauche ich nicht selber und 6.200 Kilowattstunden beziehe ich dann noch aus dem Netz, weil da meine PV-Anlage nicht reicht. Das entspricht dann einer Eigenverbrauchsquote, also wie viel von meinem PV-Strom habe ich selber verbraucht, von ca. 59% und einem Autarkiegrad von 58%. Der Autarkiegrad gibt an, wie unabhängig ich vom Netz bin, also PV-Eigenverbrauch geteilt durch den Gesamtverbrauch. Alles klar, ich gebe jetzt diese Daten einfach mal in unser kostenloses PV-Tool ein. Unter akkudoktor.net könnt ihr kostenfrei nutzen und euch das selber nochmal nachrechnen. 13.998 Kilowattstunden an PV-Annahmen kommen raus, 8.711 Eigenverbrauch, 5.300 ungefähr Einspeisung und 6.200 Kilowattstunden Netzbezug. Da kommen wir dann auf eine Eigenverbrauchsquote von 62% und einen Autarkiegrad von 59%. Das passt also tatsächlich ganz gut. Also die Ertragsschätzung ist jetzt hier wirklich in Ordnung. Da habe ich überhaupt nichts daran auszusetzen, 1, 2, 3% drauf geschissen, also so genau ist das eh nicht. Man sieht, also es passt tatsächlich. Aber wie sieht es jetzt mit dem Finanziellen aus? Das ist ja vielleicht wesentlich spannender. Schauen wir mal, ob die da genauso ehrlich sind. Hier seht ihr jetzt, was der Anbieter Rinsal, wie gesagt, den ich jetzt so nenne, vorrechnet. Also es geht jetzt darum, ob ich auch was spare und zwar sofort. Also ich bezahle ja die Miete und jetzt geht es dem Anbieter darum, dir zu zeigen, okay, du sparst auch sofort Geld. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Ja, ihr seht jetzt hier links, seht ihr, ist keine PV, also der Ist-Zustand. Hier fallen so grob 325 Euro Stromkosten im Monat an. Und Rinsal schlägt dann quasi nochmal Benzinkosten fürs Auto drauf. Okay, kann man machen, kommen wir gleich noch zu. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt, dass 96 Euro Stromkosten noch übrig bleiben, da die PV ja nicht 100% eures Bedarfs abdecken kann. Und nochmal 316 Euro monatliche Miete. Dann nochmal 20 Euro fürs E-Auto, denn mit PV ist das ja relativ günstig. Also es sieht ja erstmal alles total super aus. Da wäre ich ja fast dumm, wenn ich das nicht machen würde. Aber Momentchen mal, wir gucken uns das nochmal genauer an. Die Leute, um die es hier geht, die haben gar kein E-Auto und die wollen vorerst auch gar keins, da der bisherige Verbrenner noch nicht so alt ist und die gar nicht so viel fahren. Also kann man den Part eigentlich gar nicht wirklich mit reinnehmen. Das wird einem da tatsächlich ein bisschen aufgeschwatzt. Nehmen wir es einfach mal raus. Also nehmen wir mal E-Auto und Benzinkosten raus. Und jetzt sehen wir auf einmal, okay, sieht gar nicht mehr so geil aus. Denn dann bezahle ich ja jetzt erstmal einfach 90 Euro mehr im Monat. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Denn man könnte das ja auch einfach als Investition fürs Haus sehen. Und dann wäre das ja total legitim. Denn nach 20 Jahren gehört einem die Kiste ja. Also rechnen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob da noch was noch mehr kommt. Also innerhalb des Angebots von Rinsal wird ein Vergleich angestellt. Und zwar zwischen der gekauften Anlage und der gemieteten. Und da geht es jetzt wirklich darum, was die dann eigentlich am Ende so kosten würden im Vergleich. Und checken wir mal, ob das alles so realistisch ist. Jetzt seht ihr hier, da ist erstmal die Mietanlage. Die kostet halt ca. 360 Euro im Monat. Und das über 20 Jahre. Da komme ich dann auf ca. 75.000 Euro insgesamt. Und danach gehört die Mühle ja dir. Ja, die ersten paar Monate waren ein bisschen günstiger. Deswegen passt das jetzt nicht ganz exakt. Aber es sind am Ende 75.000 Euro. Das hat auch der Anbieter dort geschrieben. Dann seht ihr links daneben die Schätzung von Rinsal, einer gekauften PV-Anlage über 20 Jahre. Und jetzt muss man dann schon erstmal ein bisschen schlucken. Weil da steht jetzt 80.000 Euro in etwa. Und da fragt man sich, boah, 80.000 Euro für eine PV-Anlage, das kommt mir aber irgendwie ein bisschen viel vor. Gehen wir das mal durch, Schritt für Schritt. Okay, fangen wir mit den Investitionskosten an. Ich habe euch gefragt, was ihr eigentlich für so eine PV-Anlage in derselben Größenordnung bezahlt habt. Und da kamen einige Sachen zurück. Und da lagen wir eigentlich immer so um die 40.000 Euro rum. Allerdings war es halt so, dass bei den meisten Leuten deutlich teurere Hardware verwendet wurde. Also der Mietanbieter hier hat jetzt eher günstige Sachen, was nicht schlecht ist oder so. Aber sie sind halt erstmal günstiger auch. Das muss man ja berücksichtigen. Die Anlagen, die ihr mir geschickt habt, das waren oft so Sachen von SolarEdge mit Leistungsoptimierern und allem Pipapo. Also schon ziemlich hochwertig und ganz geil auch. Wie gesagt, die günstigen Teile müssen überhaupt keinen Nachteil haben. Aber das muss man trotzdem berücksichtigen. Wir sind jetzt also hier vielleicht eher in einem Bereich, der realistisch wäre, so von 38.000 Euro brutto. Plus die Wallbox und ich nehme jetzt keine Förderung oder sonst irgendwie was mit da rein. Die kämen auch noch dazu. Naja, hier sieht man, ich wäre halt hier schon mal etwas unterhalb der Angabe des Mietangebots. Aber die Schätzung ist immer noch okay. Also es ist halt ein bisschen drüber, aber jetzt auch nicht so völlig daneben. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen drüber. Aber behalten wir uns das beim Hinterkopf, gehen wir mal weiter vor. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Finanzierung. Also sagen wir jetzt einfach mal, wir finanzieren das nicht, wie Rinsal das sagt, über 20 Jahre und vollfinanziert. Sondern wir nehmen jetzt einfach mal ungefähr die Hälfte, elf Jahre und schießen am Anfang nochmal 9.000 Euro dazu. Dann liegen wir auf einmal bei 6.400 Euro Zinskosten und nicht mehr bei 19.000 Euro. Bekommt man die Anlage direkt gestemmt, dann sind die Zinskosten sogar bei null. Also 19.000 Euro, glaube ich, sind hier jetzt so ziemlich der Worst Case, der passieren kann. Der kann passieren, aber nehmen wir für unser Beispiel gleich nochmal eher die 6.400. Ich denke, für die meisten Leute passt das eher. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die Wartungskosten. Rinsal geht hier von 15.400 Euro an Wartung aus. Also wenn der Wechselrichter mal kaputt geht oder der Akku möglicherweise getauscht werden muss und so weiter. Hier muss man jetzt ehrlich sagen, das ist echt Kaffeesatzleserei. Also in 20 Jahren, was da kaputt geht oder auch nicht, ist sehr schwer einzuschätzen. Das kann passieren, dass da mal ein Wechselrichter kaputt geht, muss aber nicht. Und ebenfalls kann es sein, dass man den Akku tauschen sollte, muss aber auch nicht. Bei einem Lithium-Eisenphosphat-Akku muss das nicht zwangsweise sein. Also ich persönlich jetzt, wie gesagt, das auch nur grob geschätzt wird, dass eher auf 5.000 Euro einschätzen. Ist aber sehr, sehr schwierig zu sagen. Hier liegt jetzt aber wirklich ein Vorteil der Miet-PV-Anlage. Wenn was kaputt geht, dann machen die das und das auch kostenfrei tatsächlich. Und nach dem, was ich so bisher gehört habe, passiert das auch. Also es scheint wirklich zu funktionieren. Also das ist ein Vorteil, kann man jetzt so sagen. Sollte man auch, also ist ja auch nur fair. Okay, der letzte Punkt sind irgendwie Softwarekosten. Ja, hier gibt es jetzt wirklich mehr als genug Gratis-Alternativen. Oder viele Hersteller oder Anbieter bieten hier ebenfalls Gratisschnittstellen an. Also das finde ich echt albern, den Punkt jetzt hier nochmal irgendwie um die 1.000 Euro für irgendeine Software in 20 Jahren auszugeben, die ich eigentlich nicht brauche. Also den finde ich einfach total albern. In meinen Augen sollte man den Punkt halt streichen. Aber okay. Schauen wir uns dann jetzt einfach mal meine ganz persönliche Schätzung an. Also so wie ich das jetzt eher einschätzen würde. Das seht ihr jetzt hier. Für mich, also es sieht jetzt schon mal ganz anders aus. Die ist jetzt eher positiv. Aber wenn man zum Beispiel den ganzen Betrag gestemmt bekommt, also den gesamten PV-Betrag, die also wirklich direkt bezahlen kann, dann hätte ich halt Nullzinskosten und würde sogar noch weniger aussehen. Kann sein, dass man bei der Wartung ein bisschen mehr hat oder auch nicht. Das ist halt wahnsinnig schwer einzuschätzen. Trotzdem denke ich, dass die Schätzung des Miet-PV-Anbieters hier echt ziemlich negativ ist. Also das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung hier. Spaßeshalber habe ich nochmal meine Anlage dazu gepackt. Da seht ihr, da liegen wir komplett woanders. Also das ist das, was ich wirklich selber gebaut habe. Wartung und so weiter habe ich mir hier gespart. Denn selbst wenn ich die Anlage zweimal kaufen würde, wäre ich immer noch deutlich billiger dran. Okay, aber darum soll es jetzt heute tatsächlich nicht gehen. Ja, final jetzt zu den ganzen Kosten würde ich sagen, summiert man das einfach mal alles, dann wird hier bei der gekauften Anlage in meinen Augen wirklich der Worst Case angenommen. Also so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. In den meisten Fällen dürfte eigentlich die gekaufte Anlage deutlich günstiger sein. Also das wäre jetzt meine Einschätzung. Es ist jetzt aber auch nicht falsch, was die schreiben, aber es ist wie gesagt sehr negativ gerechnet. Unterm Strich bedeutet das für mich, eine gekaufte Anlage wird in den meisten Fällen finanziell einfach deutlich besser dastehen. Muss es nicht zwangsweise, aber schlechter wohl eher nicht. Also das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht gleich, wenn man sehr, sehr viel Pech hat mit der gekauften Anlage und wirklich sich um gar nichts gekümmert hat. Ja, der nächste Punkt rechnet sich das. Und ich meine, das ist wahrscheinlich somit der wichtigste Punkt. Wir haben 72.000 Euro Investitionskosten. Jetzt nehmen wir mal an, Strompreis von 37 Cent. Also ich habe den schon mal ein bisschen hochgeschraubt. Der wird vermutlich nicht billiger werden. Und 8,5 Cent Einspeisevergütung. Schauen wir einfach jetzt mal mit unserem kostenlosen PV-Tool, wann sich das amortisieren würde. Mit diesen Daten natürlich. Ihr seht jetzt hier irgendwie interessant. Also ziemlich genau nach 20 Jahren hat sich das dann amortisiert. Also exakt nach der Vertragslaufzeit komme ich ungefähr bei Null raus. Natürlich, je nachdem wie sich die Strompreise und die Einspeisevergütung entwickeln, das weiß man jetzt nicht genau. Das wäre ja bei der gekauften Anlage aber auch. Aber so Pi mal Daumen wird das schon passen, denke ich. Viele gekaufte Anlagen amortisieren sich in der Regel deutlich früher, da man in diesen Fällen oft einen kleineren bzw. günstigeren Akku wählt und so weiter und so weiter. Ja, ich hatte hier die Gelegenheit mit einem aktiven Mitarbeiter eines der größten Miet-PV-Unternehmen zu sprechen. Er arbeitet dort im Verkauf und hat mir einige Dinge erzählt, die in meinen Augen auch mit euren E-Mails, die ihr mir geschickt habt im Vorfeld, ganz gut zusammenpassen. Ich halte ihn also für glaubwürdig. Seine Aussagen mal ganz kurz zusammengefasst. Also viele Verkäufer, die dort arbeiten, sind super motiviert und wollen auch wirklich etwas Gutes tun. Das sind schon irgendwie coole Leute. Die Schulung geht aber extrem stark Richtung Verkauf und wie man entsprechend Emotionen, Begehrlichkeiten und so weiter wecken kann. Technisch mangelt es laut seiner Aussage oft an Fachwissen. Also wirklich grundlegende Dinge fehlen da teilweise. Also beispielsweise, wie lange hält so ein Wechselrichter oder sowas? Das sollte man ja eigentlich schon wissen. Ja, es werden wohl auch falsche Erwartungen der Kunden toleriert und auch gefördert. Also zum Beispiel wird irgendwie nicht widersprochen, wenn jemand sagt, der Wechselrichter, wie oft kann er denn kaputt gehen? So dreimal oder so. Dann sind die Verkäufer scheinbar oft davon auch überzeugt und glauben das auch selber. Oder jemand fragt zum Beispiel nach der Reinigung der Module und da wird dann nicht explizit ausgeschlossen, dass das nicht dabei ist und solche Sachen. Also es wird so ein bisschen eine Grauzone betreten. Es wird oft nicht verneint, jetzt auch nicht gelogen. Es ist irgendwie so dazwischen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das Problem ist halt, dass da halt irgendwie oft ein falscher Eindruck entsteht und der Kunde möglicherweise mit einem ganz falschen Vorwissen da irgendwie in den Vertrag reingeht. Das andere, was mir erzählt wurde, ist, dass ein massiver Druck von der Chefetage herrscht. Und zwar ist es wohl so, dass sie eine 50% Erfolgsquote bei den Vorverträgen fordern. Also das ist Standard für den Verkäufer. Das heißt, er muss jeden zweiten Vorvertrag am Telefon bereits abschließen. Ich meine, hier geht es nicht irgendwie um Gummibärchen oder so. Also das fand ich jetzt schon irgendwie krass. Das andere ist, es gibt sehr hohe Provisionen beim Verkauf und einen direkten Abzug der Provisionen, wenn zum Beispiel das Zweitgespräch nicht zum Erfolg geführt hat. Also das fand ich halt auch relativ krass. Und ein weiterer Punkt war halt die Wallbox. Die scheint sehr lukrativ für den Anbieter zu sein, da hier irgendwie ein Riesenwert beim Verkauf gelegt wird. Also es wird wirklich oft dem Kunden auch total aufgeschwatzt und die Wallbox ist hier schon vom Preis her sehr hoch angesetzt. Das ist also oftmals hier in dem Fall zum Nachteil des Kunden. Ja, alles das sind für mich relativ bedenkliche Aussagen in meinen Augen. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig nachweisen und nachvollziehen, aber mir erschien es plausibel, da viele aus der Community mir Ähnliches berichtet haben. Wie gesagt, Verkäufer werden hier offensichtlich dazu verleitet, die Kunden, naja, ich sag mal irgendwie nicht vollständig aufzuklären. Und es wird toleriert, dass der Kunde oftmals mit falschen Erwartungen unterschreibt. Und wer jetzt sagt, boah, könnte mir aber nicht passieren so, ja, selbst schuld, finde ich problematisch. Denn, weiß ich nicht, also ich habe sowas schon mal selber erlebt und würde behaupten, dass ich ganz gut rechnen und schätzen kann. Aber ein wirklich guter Verkäufer, besonders wenn er es mit der Aufklärung nicht so ernst nimmt, der kann da ihn emotional schon ganz schön weit treiben, unter Druck setzen und so weiter. Ich weiß nicht, also da kann man schon mal zu dummen Ideen verleitet werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie jeder, der ein bisschen rechnen kann, davor gefeit ist. Das würde ich auf keinen Fall unterschätzen und immer mit gebührendem Respekt an so ein Gespräch rangehen. Sonst würden ja auch keine 50 Prozent von der Erfolgsquote hinbekommen werden. Also das finde ich halt auch krass. Viele der Miet-PV-Anbieter sind aber auch, und das muss man halt auch wieder positiv sehen, ausbildende Betriebe und bringen den ganzen PV-Ausbau halt auch einfach massiv nach vorne. Also das ist halt auch wieder irgendwie was Geiles an der ganzen Sache, ja. Ja, was ist jetzt mein Fazit? Ich finde es tatsächlich irgendwie so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich denke, dass man mit nach der Laufzeit in meinen Augen so ganz grob bei Null rauskommt. Danach kann sich die Anlage auch wirklich rechnen. Also das ist auch okay, wenn man das will. Finanziell halte ich aber trotzdem gekaufte Anlagen in den allermeisten Fällen für deutlich, deutlich sinnvoller. Die Wartung und Stressfreiheit scheint aber wirklich vorhanden zu sein bei den Miet-PV-Anlagen. Also falls der finanzielle Aspekt nicht so wichtig ist, sondern zum Beispiel Klimaschutzaspekte oder man einfach keinen Stress haben will oder so, dann warum nicht? Also das scheint dann okay zu sein. Ja, wenn man sich dessen wirklich bewusst ist, was man da tut, dann finde ich das auch okay. Viele der Miet-PV-Anbieter sind zudem ausbildende Betriebe und bringen halt diesen ganzen PV-Ausbau einfach saumäßig nach vorne. Also auch das muss man positiv sehen und auch positiv bewerten, denn das ist auch sehr, sehr wichtig für uns und unser Land. Deswegen auch das sollte man irgendwie mit berücksichtigen. Was ich persönlich allerdings sehr bedenklich fand, das sind die Berichte, die mir halt über die Verkaufsgespräche und Taktiken vorliegen. Die Verkäufer werden laut Insider-Aussagen massiv unter Druck gesetzt und geben das auch an den Kunden weiter. Es werden häufig Grauzonen betreten, was die Aussagen über Amortisation und so weiter angeht und Aufklärung scheint jetzt hier wirklich nicht das oberste Gebot zu sein und das ist schon irgendwie ein Problem in meinen Augen. Ja, das war es soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der ganzen Aufklärung. Vielen Dank an meinen Informanten, also fand ich sehr mutig auch von dir und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.